Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Ja, ich habe wieder zugeschlagen, ist schon etwas länger her. Ich glaube, das letzte Mal war im März, also ich glaube Ende März 2021 jetzt. Und jetzt habe ich mir Alibaba nachgekauft. Ja, Chalimanga, wissen wir alle, hat ja glaube ich vor einigen Monaten da kräftig zugeschlagen. Und ich habe das, glaube ich, bei Alibaba auch, glaube ich, im Januar oder Februar habe ich mal immer wieder nachgelegt. Und jetzt seit langem, wie gesagt, seit Ende März das letzte Mal was gekauft, allgemein. Für mein Langfristdepot natürlich betrachtet. Und jetzt diese Woche bei Alibaba nochmal eine kleine Tranche mit ins Boot geholt. So, also wir sehen Alibaba, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Es wird auch in der Zukunft vermutlich auch so weitergehen. Ich habe auch noch in den letzten Wochen bei Alibaba nochmal eingekauft. Über mein Handy hier gibt es ja eine schöne App und da kann man ja auch eigentlich recht günstig Sachen schießen mittlerweile. Nicht nur billig Schrott, sage ich mal so, sondern auch ordentliche Sachen, die Qualität haben. Ich suche gerade die App, wo ich die denn hier habe. Da, AliExpress haben wir hier. Also wenn man es schön sehen kann, hier vorne da. Ja, akzeptieren. So, dann haben wir hier AliExpress. Da habe ich zwischendurch mal letzte Woche auch mal wieder eingekauft. Und dann ist mir wieder Alibaba, also quasi wieder nach vorne gesprungen bei mir. Und habe mir mal ein bisschen angeschaut. Ich bin da ja bei Alibaba, mein Investment, ich glaube bei etwa 17% Minus derzeit. Und habe mir dann gesagt, okay, schon länger haben wir eingekauft. Machen wir hier nochmal eine kleine Tranche. Und habe Alibaba so ein bisschen halt wieder nach oben befördert. Ich glaube, die waren bei mir in den Top 10. Ich glaube, 8. oder 9. mittlerweile sind die jetzt ein bisschen draufgelegt. Jetzt könnten die auch vielleicht so die siebte, meine siebte Kursposition ungefähr sein. So, kurz noch vor Tencent. Ja, also Alibaba, bei mir wie gesagt, minus 17, 15% Minus. Habe jetzt ein bisschen nachgelegt. Das war, glaube ich, am Montag oder Dienstag habe ich jetzt nachgelegt gehabt. Ja, wir schauen uns mal das Ganze an. Also man sieht 2022, soll ein bisschen halt ein bisschen runtergehen vom Kurs, vom Gewinn pro Aktie. Aber danach soll es wieder stetig nach oben gehen. Und ich sage mal, ich bin so ein Charlie Manga. Und der kauft ja extrem selten, extrem, extrem selten. Also er kauft vielleicht alle 10 Jahre mal was. Und er kauft eigentlich ein nur sehr solide Unternehmen. Und jetzt hat er als, ich glaube, als 6. Investment in seiner Holding, glaube ich, oder das 5. Investment ist jetzt Alibaba. Und das haben sich natürlich viele, viele gewundert. Aber Alibaba ist einfach derzeit sehr, sehr günstig bewertet. Ich scroll vielleicht einmal kurz runter, dann können wir uns später wieder hochscrollen. Wir sehen also die Bewertung von Alibaba. Der faire Wert, wir können uns mal den fairen Wert mal anschauen, der liegt bei 232 Euro. Und die Aktie ist derzeit bei etwa 190 Euro. Also man sieht hier eine kleine Unterbewertung, ja, so von 20%, ja, nicht ganz, aber so 15% Unterbewertung derzeit. Also quasi kleine Unterbewertung bis einen fairen Wert gegeben bei Alibaba. Und dementsprechend hat ja auch vor einem Monat, wo es noch tiefer war, Alibaba, da habe ich auch zugeschlagen gehabt. Ungefähr auch zeitgleich mit Charlie Manga. Aber wie gesagt, also das Unternehmen ist derzeit unterbewertet. Es gibt nicht viele Unternehmen, die derzeit eine so niedrige Bewertung vorzuweisen haben wie Alibaba. Und natürlich ist da etwas Risiko mit dabei. Jeder weiß, dass China da so ein bisschen halt drüber hält und ein bisschen eine kurze Leine an Alibaba auch andere Tech-Unternehmen haben möchten. Aber schlachten werden sie das Unternehmen natürlich nicht. Dafür ist es einfach zu gut aufgestellt. Und ich denke mal, in zwei, drei Jahren werden wir hier natürlich ganz andere Kurse wieder sehen bei Alibaba, wenn sie das Ganze wieder alles etwas normalisiert hat. Und deswegen habe ich jetzt wieder etwas zugeschlagen. Vielleicht erhöhe ich die vielleicht noch ein bisschen. Deswegen muss ich überlegen, weil es gibt einfach kaum vergleichbare Alternativen, die man eigentlich kaufen kann. Also das ist mittlerweile doch sehr, sehr schwierig, hier gute Investments, die günstig zu haben sind, zu erwerben. Vielleicht noch eine Unilever hatte ich ja auch mal wieder angesprochen. Hatte ich auch vor, das war glaube ich auch im März, eine meiner letzten, die ich gekauft hatte oder im Februar Unilever für 46, 45 Euro. Aber sonst gibt es kaum was auf dem Markt, wo ich wirklich sagen kann, ja, derzeit ist das Unternehmen günstig bewertet. Man kann einsteigen. Wir haben auch eine gewisse, zurzeit eine sehr, sehr merkwürdige Lage derzeit. Es könnten in den nächsten Monaten oder auch nächstes Jahr die Rückwirkungen aus den ganzen Corona-Situationen etwas wieder runtergehen. Könnte passieren, die Zinsen gehen nach oben. Inflation geht nach oben, also da könnten wir als Anleger noch einige Überraschungen vielleicht erwarten. Und deswegen würde ich hier auch nicht in diese hohen Werte, die eigentlich schon einfach sehr, sehr hoch bewertet sind, die auch jetzt schon ganz oben stehen, wie eine Apple, wie eine Steiko. Das sind Unternehmen halt, die sind sehr, sehr gut gelaufen. Die sind einfach jetzt schon etwas teuer, sagen wir mal so. Die könnten vielleicht wieder zurückkommen. Weiß man nie genau, aber eine Alibaba scheint derzeit in der aktuellen Situation, also in diesem Moment, einfach immer noch sehr günstig zu haben. Deswegen habe ich mich hier entschieden, hier wieder etwas nachzukaufen. Wir können uns einfach mal anschauen, auch das KGV ist mit, glaube ich, mit 26 oder 27, glaube ich, waren das meine ich, hätten wir hier genau. 28er KGV bei einem Unternehmen wie Alibaba, bei diesem Wachstumsunternehmen ist das doch schon sehr gering, wenn man sich das durchschnittliche anschauen würde, ein KGV, da hatten wir, glaube ich, noch vor drei oder vier Jahren, lag das KGV bei 80 oder 90, dann 60, 70. Also man sieht hier ein sehr niedriges KGV. Also 2015 lag es hier noch bei 61, 44, 36. Also man sieht hier, und soll es ein bisschen runtergehen, also zwischen 24, 28 soll es sein. Also das KGV ist auch recht niedrig für so ein Unternehmen wie Alibaba, wo wir natürlich noch enormes Wachstumspotenzial haben. Also wir sehen hier vom Umsatzwachstum, was in der Zukunft noch passieren soll. Derzeit sehen wir ja beim Umsatz liegt bei 106 Milliarden 2021 und in drei Jahren soll er sich das Ganze halt verdoppeln auf 209 Milliarden. Also ein enormes, enormes Wachstum ist hier laut Prognose ein enormes Wachstum. Wir können uns mal vielleicht die genauen Kennzahlen hier anschauen bei Alibaba. Ja, die Marktkapitalisierung bei 520 Milliarden, also ein enorm großes Unternehmen. So, Gewinn der letzten fünf Jahre im Schnitt von 12% jährlich an Gewinnwachstum. Dann haben wir Cashflow wächst um etwa nur 30% jährlich. So, dann haben wir Umsatzzuwachstum, hier sehen wir es. Also über 44% in den letzten fünf Jahren, im Schnitt in den letzten fünf Jahren, im Schnitt 45% gewachsen, also über 40% und in der nächsten Zeit soll es auch nochmal kräftig wachsen. Also hier sehe ich auf jeden Fall sehr viel Potenzial noch und für den Preis konnte ich einfach nicht widerstehen, wie gesagt. Und ich habe einfach keine wirklichen Alternativen als Investment gefunden. Also außer Unilever jetzt hatte ich ja auf meiner Liste gehabt, hatte ich auch nachgekauft. Aber für jetzt für etwa 50 Euro wollte ich nicht nochmal nachkaufen bei Unilever, hatte ich ja für 46 gekauft. Ich habe einige Optionen auf Unilever laufen, vielleicht bekomme ich etwas günstiger rein. Aber Alibaba scheint mir jetzt wirklich immer noch, ich habe ja das letzte Mal die bei 170, glaube ich, gekauft Alibaba und jetzt bei 190 ist immer noch sehr günstig und ich wollte jetzt einfach wieder mal, ja, ein bisschen wieder investieren und da kam einfach nur Alibaba in Frage. Ich habe jetzt noch Paradox von Schweden, ein Game-Unternehmen auf meiner Watch, das ist ganz, ganz weit oben. Auf der Liste, ich spiele auch da Spiele von denen, Crusader Kings 2, 3, habe ich ja schon seit Jahren auf meinem PC, wo ich zwischendurch mal vielleicht ein Stündchen oder zwei Stündchen mal zocke abends und das Unternehmen aus Schweden, also die sind ja auch sehr, sehr stark zurückgekommen. Vielleicht können wir uns das mal ganz kurz anschauen, Paradox. Also habe ich nicht gekauft, aber könnte sein, dass ich mir das Unternehmen auch demnächst kaufen werde. Also höchstwahrscheinlich werde ich mir hier was zukaufen. Also wir sehen hier, Gewinne sind auch eigentlich sehr stabil und wachsen. Umsätze sollen in den nächsten Jahren auch nochmal sehr stark ansteigen. Jetzt eine Stagnation, also stagniert das Ganze. Und jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt hier, um einzusteigen. Natürlich haben wir hier ein sehr, sehr hohes Risiko. Also es ist auf jeden Fall eine Zockeraktie, also das muss man natürlich dahinter sagen. Dagegen ist eine Alibaba sehr solide gegen Paradox. Und wenn man natürlich eine Unilever vergleicht mit Alibaba, dann ist eine Alibaba natürlich eine Zockeraktie. Aber wie gesagt, wenn man eine Alibaba mit Paradox vergleicht, dann ist Paradox die Zockeraktie. Also man merkt schon hier, es ist auf jeden Fall ein viel, viel höheres Risiko bei Paradox. Aber das Potenzial und die Chance einfach ist sehr, sehr hoch. Und deswegen überlege ich schon seit einigen Wochen hier mir eine Tranche halt ins Depot zu legen. Das KGV liegt derzeit, ja, wir sehen etwas hoch bei 36. Soll es aber in den nächsten Jahren aber auf 24 runtergehen. Und ja, man sieht auch hier beim Kurs, der faire Wert liegt bei etwa 23, 24 Euro. Und der Kurs, wie gesagt, läuft jetzt bei etwa 17 Euro. Vor ein paar Wochen lag ja noch bei knapp irgendwas über 16 Euro. Immer noch eine Über-, also eine Unterbewertung meine ich. Ist also noch günstig zu haben. Aber nicht umsonst ist das günstig, sondern da ist halt ein gewisses Risiko ja mit dabei. Bei Paradox. Wir können uns vielleicht mal den Kursverlauf anschauen. Dann werdet ihr auch sehen, wie sich das Ganze halt verhalten hat. Paradox. So, Paradox Aktien. Schauen wir uns mal. Einfach hier direkt bei Google einfach, ganz einfach hier. Ja, wir können uns mal einen Jahreschart mal anschauen. Wir sehen hier, am 30. Juni, also vor einem Jahr, lag das Unternehmen auch bei etwa 18 Euro. Dann ging das natürlich rasant hoch. Und wir können es vielleicht hier mal in der Pandemie, also Corona-Krise hier. Wo waren wir denn hier? Das ist November 2020, war das ja hier so März. Ja, hier ging es nochmal runter auf 13. 11 Euro sogar. Knapp runter ging es wieder hoch. Jeder wollte was spielen, ging natürlich enorm hoch das Ganze. Und jetzt die Ernüchterung und ging wieder runter. Ja, und jetzt, denke ich mal, wird sich das Unternehmen hier in diesem Bereich auch etwas fangen. Und scheint mir doch recht interessant zu sein. Ich hätte eigentlich überlegt, hier eigentlich zu kaufen. Das war noch bei 16,70, glaube ich. Genau, das war so in diesem Dreh hier. Ich habe es dann ein bisschen verpasst. Und jetzt warte ich eigentlich, dass es vielleicht doch noch ein bisschen unter 17 Euro kommen könnte. Aber ist jetzt natürlich, auf die paar Cent kommt es auch nicht darauf an, wenn man sich ein paar Anteile mehr ins Depot legt und das Ganze vielleicht auch auf 2, 3 Jahre auslegt. Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja, wir sehen uns, das war ja schon mal, dass es ein etwas höher stand. Und wie gesagt, Paradox Interaktiv. Das Unternehmen habe ich auf meiner Watch jetzt ganz ganz oben hingestellt. Oder, ja, hingepackt ganz, ganz nach oben. Schaue ich mir eigentlich fast jeden Tag den Kurs ein bisschen an und schaue, ja, wie verhält sich das Unternehmen vom Kurs her. Ja, es ist mir jetzt ein bisschen halt zu gut gelaufen in den letzten Tagen. Ich werte das bei 16, knapp 16, 15, 16, 70 doch schon gerne gehabt. Vielleicht warte ich hier noch ein paar Tage. Und ich habe ja jetzt gestern noch, oder war es vorgestern, wie gesagt, Alibaba jetzt erstmal gekauft. Und, ja, bin jetzt mal zufrieden mit Alibaba. Vielleicht kaufe ich hier nochmal Alibaba nochmal nach, weil ich überlege, da vielleicht doch noch ein bisschen größer nochmal einzusteigen bei Alibaba. Ist schon etwas Risiko auch natürlich, aber das Potenzial bei Alibaba ist natürlich auch sehr, sehr hoch. Ja, was kann ich noch zu Alibaba noch sagen? Ich glaube nicht viel. Jeder weiß, jeder kennt Alibaba. Das Risiko mit China und so weiter ist gegeben. Potenzial ist sehr, sehr groß. Und wie gesagt, wenn so ein Charimanga da auch einsteigt, dann ist das schon was Ordentliches dran. Also, ja, Alibaba, wie gesagt, hatte ich glaube ich seit 2018 im Depot. Hatte sie jetzt im Januar oder Februar kräftig nachgekauft gehabt. Noch kurz vor China Manga und danach noch auch während China Manga nochmal gekauft hat. Ich hatte bestimmt jetzt vier oder fünf Mal nachgekauft Alibaba gehabt. Und jetzt war es wahrscheinlich zum fünften oder sechsten Mal jetzt sogar jetzt. Also jetzt vorgestern oder gestern. Und vielleicht werde ich da nochmal, vielleicht noch einen kleinen Teil, vielleicht nochmal einkaufen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bin ich da auf jeden Fall zuversichtlich, dass Alibaba in zwei, drei Jahren ganz andere Kurse haben wird als heute. Weil die Gewinne sprudeln nur so rein. Die Umsätze sind am wachsen. Die Nettomarge, die liegt bei 16, 17 Prozent. Also, wenn China dann nicht irgendwas Gravierendes tun sollte mit China, vielleicht, ja, spalten das Ganze. Aber dann hat man vielleicht einfach mehrere Unternehmen. Das ist auch jetzt nicht so schlecht. Ja, im Großen und Ganzen, denke ich mal, habe ich jetzt alles gesagt. Alibaba ist natürlich keine Anlagenberatung, sondern einfach nur meine persönliche Meinung. Du musst natürlich selber entscheiden, ob so ein Alibaba für dich in Frage kommen könnte, weil das einfach das China-Risiko ist auch sehr, sehr groß. Wie man auch jetzt gesehen hat bei Alibaba. Das ist ja ein ganz, ganz gutes Beispiel gewesen in den letzten Monaten oder in den letzten halben Jahren. Ja, dann war es das. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns mal wieder. Bis dahin. Tschö, tschö. Vielleicht noch eine ganz Kleinigkeit. Was hältst du von Alibaba in die Kommentare vielleicht mal rein? Und von Paradox, wenn wir mich interessieren. Dann können wir darüber vielleicht noch ein bisschen schnackern. Ja, also, ciao, ciao.